Wer hat dich am meisten geliebt? Mama! Wer hat dir nur was vorgespielt? Ich kenn meinen Papa nicht, dementsprechend keiner. Mit wem hast du jetzt noch Kontakt? Mama! Mit wem kannst du dir was vorstellen? Mam, was? Mit wem kannst du dir was vorstellen, ey? Wieso kommt diese Frage eigentlich in diesem Mama-Papa-Ding überhaupt vor, Alter? Wer war am süßesten zu dir? Mein Papa, als ich mit ihm unter der Dutsche war. Nicht witzig, ich zanzier mich von mir selber. Wer war das größte Arschloch? Mein Arschloch. Alles mein Vater in mir. Ich, Jungs, sorry, ich denk wieder ein bisschen zu laut, sorry. Ich kenn meinen Vater nicht, alles entspannt. Wer war immer... Das war irgendein Typ von der Straße. Spaß, Jungs, alles gut, Digga. Wer war für dich da? Mit wem hast du Fotos? Mama. Wen liebst du am meisten? Nefas. Wen vermisst du am meisten? Kodix, seitdem ich geteilt habe, oder? Wer hat dich am meisten zum Lachen gebracht? Geaco. Wer hat dir am meisten geschenkt? Lord Kampstorke mit einem Millionen Bits. Kurs. Mit wem warst du am glücklichsten? Das war definitiv great for this. Wer hatte den besten Körper? Nefas. Warte mal. Stop. Warte mal. Hat sie gerade auf ihren Papa gezeigt? Warte mal. Jungs. Spaß ist vorbei. Warte mal. Wer hatte den besten Körper? Wer hatte den besten Körper? Papa. Okay. Und ich mag das. Mein Drip ist viel zu hot, genauso wie bei Ganda. Ich zieh am Tanger. Ja, die Kleine hat was. Sie ist ne 10 von ne 10. Das ist Standard. Sie ist eingebildet. Und ich mag das. Und ich mag das. Ich mag die Kleine oder unternehmen, Ich mag das. Ich mag es. Ich mag es. Komm es vorbei. Ich mag es. Ich mag es. Schmack es sein. Ich mag es.